Boah Fisch. Und wer hat's wieder? Der Conny. Action. Boah ist auch ein guter. Boah der ist richtig groß. Der ist richtig groß. Scheiße ich hab meine... Fuck der ist richtig groß. Boah krass. Boah. Ja dann trug ihn ein bisschen aus. Ja naja dann muss Marius mal so eine scheiß Angel hin holen. Und das auf Ansage mit meinem Köder. Boah fuck. Habt ihr einen Kescher? Filmst du? Boah. Ey Alter machen wir die Spule auf Alter. Ja. Der hat doch mal an Seite gehackt glaube ich. Ne hat er ordentlich gehackt. Warte mal den Roller auf. Hallo lässt du mich mal alleine machen? Danke. Ja aber ist schon okay so. Immer schön gestraft halten. Guck mal er ist in der Blutekel. Boah. Boah. Der hat da 70 jetzt. Aber gut hier hakt. Angst haken. Angst haken. Nehmen wir oben bitte. Da hab ich wenigstens ein Armbrot heute. Auf jeden Fall. Gut Petri. Ja gut mach raus. Das muss ich ihn nicht angucken. Ja wie soll man ihn nicht angucken. Ja der wird ganz nervös wenn er ihn findet. Ja. 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 Ja.